Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallihallo und herzlich willkommen zur Besprechung von Those About To Die, einer zehnteiligen Serie, die am 18.07. auf Amazon Prime erscheint. Die Serie basiert lose auf dem Sachbuch von Daniel Mannix. Wir durften sie schon vorab sehen. Vielen Dank für die Screener. Wer sind wir? Ich bin Svenus Glatzus und an meiner Seite ist Dominus Dom, Ludus-Besitzer und vielleicht der Erfinder von Domino. Salve Dominus! Salve Alia Yacta Est. Sehr gut. Sandalen sind wieder im Kommen. Spartacus Spin-Off und jetzt natürlich auch Gladiator 2. Wie stehst du zu dem Genre und trägst du weiße Socken dazu? Ja, selbstverständlich. Nein. Ich mag Monumentalstoffe generell sehr gerne. Also auch hier, was du erwähnt hattest, Gladiator von Ridley Scott, da bin ich zumindest auch gespannt auf die Fortsetzung. Und ich war neugierig auf diese Serie, weil zum einen sieht man solche Stoffe insgesamt nicht allzu häufig und eben auch mit so einer, ja zumindest in zwei Namen, illustren Besetzung. Ja, also mir geht's ähnlich. Ich finde, das ist eine sehr coole Epoche, wo man wirklich auch gute Serien gemacht hat, so teilweise zumindestens. Also Rom von HBO mochte ich sehr gern. Ich bin ein großer Spartacus-Fan und natürlich auch Gladiator-Fan und freue mich nach dem Teaser-Trailer auch auf den zweiten Teil, aber darum soll es hier nicht gehen. Hier geht's um Those About To Die. Erzähl mal, um was geht's denn? Ja, sperriger Titel auf den ersten Blick, ne? Eigentlich, also sozusagen die im Begriff sind zu sterben, so kann man es, glaube ich, im Groben übersetzen. Ja, wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus und ganz Gallien, ach nee, falsches Franchise, genau. Aber so falsch ist das gar nicht, denn wir befinden uns wirklich so um den Zeitpunkt herum eben im alten Rom nach dem Tod Julius Cäsars und die Vakanz seiner Regentschaft ruft hervor, dass nicht nur ein Bürgerkrieg ausbricht, sondern dass Rom auch mehr oder weniger, ja, in mehrere Teile zerfällt und verschiedene Bezirke, in denen jetzt jeweils verschiedene Zenturios die Nachfolge von Julius Cäsar für sich beanspruchen und darunter auch der amtierende Herrscher Vespanian, gespielt von Anthony Hopkins. Und ja, er ist dann eine der Figuren, wobei gar nicht mehr unbedingt die Hauptfigur. Die Haupthandlung dreht sich zumindest in der ersten Folge eher um Tenax auf jeden Fall, gespielt von Ivan Rion, den dürften viele noch, also sehr, sehr viele noch aus Game of Thrones kennen, als Ramsey Snow-Bolton, oh Spoiler. Also der hat, glaube ich, ein eigenes Wettbüro und der lost Wetten aus auf Wagenrennen, Arena-Kämpfe etc. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen dritten Handlungsstrang, um welche, die aus einer römischen Provinz verschleppt werden, um dann irgendwie versklavt zu werden oder in der Arena zu kämpfen. Habe ich das ungefähr so halbwegs hintereinander bekommen? Ja, so etwas. Es gibt noch einen, und die sind bei Tenax auch drin. Das ist François und seine Kumpels, die da versuchen, über Wagenrennen im Zirkus Maximus halt reich zu werden. Genau. Und Kana, die freien Menschen, die da verschleppt wurden und dann auch im Zirkus eigentlich kämpfen sollten. Genau. Vielen Dank. Ja, 140 Millionen Budget, Ronald Emmerich, Anthony Hopkins, hast du ja schon alles gesagt. Wir hätten auch noch Robert Reddard als führender Autor, der auch für einen Oscar nominiert wurde für Soldat James Ryan. Das sind ja alles schon sehr hochkarätige Namen. Wie waren deine Erwartungen? Wie groß waren deine Erwartungen? Ja, ich war neugierig. Wie gesagt, so eine Art von Setting sieht man generell nicht mehr häufig, vor allem nicht im Fernsehen, obwohl eher wahrscheinlich im Fernsehen als im Kino. Und ja, ich bin jetzt nicht der größte Freund von Roland Emmerich. Der hat ja zuletzt eher Bescheidenes abgeliefert, sagen wir es mal so. Aber ja, im Serienformat blühen ja gerne auch mal solche Leute, die jahrelang irgendwie im Kino tätig waren, auch gerne mal auf. Und wie gesagt, diese ganze Zeit reizt mich einfach schon irgendwo. Also es hat ja, die ganze Serie hat schon so einen gewissen, also das sieht man eigentlich schon auch durch den Vorspann, die schied auch so ein bisschen rüber zu HBO und Game of Thrones oder halt dann damals auch Rom. Genau. Also bei mir war es tatsächlich da, ich habe den Trailer gesehen und dachte, oh, das könnte mir gefallen. Circus Maximus, da geht es bestimmt die ganze Zeit nur rund und so ein bisschen politische Intrigen und alles drum und dran könnte sich zu einem schönen Gesamtbild vereinen. Und natürlich noch Anthony Hopkins, mit dem sie ja sehr offensiv werben. Oh ja. Und da gleich eine Warnung vorweg. Die Screamtime ist sehr, sehr übersichtlich. Also er spielt eher eine kleine, kleinere Nebenrolle. Aber gut, du hast das Intro schon angesprochen. Ja, als ich das erste Mal das Intro gesehen habe, dachte ich auch, das kommt mir bekannt vor. Ja. Das war schon stimmig. Also Blut durchflutet die Gassen von Rom und man folgt dem Blut und es spritzt überall hoch und so. Da dachte ich noch, okay, vielleicht gibt es dann doch nur Action und relativ wenig Geplänkel. Aber klar, natürlich, also die, die Ähnlichkeit ist mehr als offensichtlich. Aber mich hat es dann auch tatsächlich, mich hat es gar nicht so arg gestört. Ich habe es zur Kenntnis genommen und dachte, okay, ja, ist nett, aber jetzt auch nichts Besonderes. Also es hatte schon für mich so ein, also nicht nur Game of Thrones, sondern jetzt wirklich auch, also das Intro erinnerte schon wirklich an House of the Dragon irgendwo, ne? An, an das von der ersten Staffel. Wer darüber mehr wissen will, kann natürlich gerne in unsere Recaps reinhören zur ersten Staffel von House of the Dragon oder ganz aktuell in die zur zweiten Staffel. Ja, ne, also mich, mich hat es jetzt auch nicht wirklich gestört. Ich, ich fand's okay. Mit was ich dann aber so im weiteren Verlauf weniger schnell warm wurde, sage ich mal, ist der ganze Look der Serie. Hm. Man kennt ja Roland Emmerich und der ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er, also deshalb ist er ja auch unter anderem lange Zeit auch beliebt in Hollywood gewesen mit großen Multimillionen-Blockbustern, weil er es tatsächlich schafft, Sachen teurer und hochwertiger wirken zu lassen, als sie es tatsächlich gewesen sind. Und hier, ich will nicht sagen, dass es genau umgekehrt ist, aber die ganze Serie hat, ich, ich weiß nicht, die hat einen sehr künstlichen, teilweise wirklich sehr, sehr digitalen Look, äh, äh, mit dem ich mich schwer getan habe. Wie ging's dir da? Ja, also ich hatte tatsächlich die Optik so als zweiten, als zweiten Punkt direkt drauf. Hm. Am Anfang dachte ich noch, ja, okay, ein bisschen CGI für die, für den, für den Hintergrund, für die Häuser, aber dann teilweise wird's wirklich, wirklich Screenscreen-artig. Mhm. Oder Volume, Volume, ne, die Technologie aus The Mandalorian, ne, ja. Ja, aber du siehst es halt, was mich wirklich direkt, was mich, na ja, Gott, netz, doch, es gab, es gab so leicht wirklich King of Queen Autofahr-Vibes. Wenn im ersten, in der ersten Folge im Wagenrennen. Ja. Das ansonsten wirklich gut aussah. Ja. Aber wenn's dann zum Close-Up für die Fahrer kommt und sich die gegnerischen Fahrer Nettigkeiten zuwerfen und da auch gerne mal einen Peitschniebe austeilen und zwar nicht auf das Pferd. Mhm. Das sah wirklich, das sah nicht gut aus. Ja, das, also. Der Hintergrund verschwimmt und du siehst halt, dass das, ich mein, ist mir schon klar, dass die da jetzt nicht wirklich da die Leute so auf die Pferde setzen oder in diese, in diese Wägen und sie nebeneinander herfahren lassen und sich anschreien. Mhm. Aber da hab ich wirklich gedacht, mh, das ist nicht so dolle gemacht. Also Wagenrennen ist ein gutes Stichwort, weil da schwankte es eigentlich. Ich hatte den Eindruck, so diese weiten, äh, äh, Totalen, die, äh, ja auch schon so an Ben Hur und sowas gemahnten, ne, in dem Setting. Mhm. Äh, die waren eigentlich ziemlich gut und da merkt man auch, dass Roland Emmerich eben eher Kino macht. Aber sobald du dann, wie du meintest, solche Momente hast oder auch teilweise Innenaufnahmen, generell hast du sehr viele Innenaufnahmen. Aber wenn du dann Außenaufnahmen hast, die sind halt wirklich, die sind fast komplett nur CGI. Also das ist wirklich und, und dann sieht auch vieles, weiß ich nicht, selbst irgendwie die Gassen von Rom oder so oder auch in dieser, äh, Provinz, die wir da, ähm, mit, mit dir, äh, hier dieser, dieser, äh, Sklavenstory da besuchen. Und das wirkt einfach alles so geleckt. Also die Rüstungen, äh, sind, sind sauber. Ich meine ganz ehrlich, die sind da an einem staubigen, gottverlassenen Ort und das ist irgendwie, da kommt null Haptik rüber. Es wirkt, du hast einfach immer das Gefühl, du siehst Sets durchweg. Und das ist echt schade. Ja, ja, das stimmt. Also auch, wenn sie da später dann so in den dunkleren Gassen Roms unterwegs sind, da könntest du vom Boden essen. Ja, wirklich. Also das ist wirklich so dermaßen clean, sauber. Die Leute sehen clean aus. Da ist, es läuft ja schon einmal einer vorbei, der so ein bisschen schmutzig aussieht. Der sticht raus. Der sticht raus anstatt, ja. Ja, ja. Das ist nicht gut, ja. Also es macht dir wirklich, es hat mir auch eine Atmosphäre sehr, sehr viel genommen, wo ich da hocke und dachte, oh, das ist, ich brauche jetzt keine absolut historisch korrekten Tatsachen und sonst was, was man wiedergeben soll. Aber durch diesen Clean-Effekt nimmt es dir wirklich ganz, ganz viel Atmosphäre. Und wie du schon auch gesagt hast, es gibt Effekte, die sehen gut aus, aber sobald man ein bisschen näher rangeht oder so vereinzelnde Sachen zieht, die sehen einfach nicht so dolle aus. Und das macht dir halt wirklich auch viel kaputt. Und es passt einfach auch nicht zum Look, wie jetzt zum Beispiel, wo es wirklich gewollt ist, finde ich bei jetzt 300 oder bei, ja, bleiben wir mal bei Spartacus. So überstilisiert, ne? Genau, aber da ist der Look, die Optik ja gewollt. Ja. Und da passt es auch. Und hier schwankst du wirklich zwischen Wish und Kino. Weißt du, das eine ist so das Metier, wo Emmerich sich wohlfühlt und das andere ist halt Neuland für ihn. Und beides, zwischen beiden Ebenen gibt es so einen ständigen Widerstreit innerhalb dieser Serie. Also zumindest was die Optik angeht. Du meintest ja schon, wir haben ja Screener bekommen, aber ich habe es leider nicht geschafft, so wahnsinnig viel von denen zu sehen. Wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass wir so maximal die ersten drei Folgen gucken. Also das sind ja insgesamt zehn Episoden, aber die kommen alle auf einen Schlag heraus bei Amazon, ne? Ja. Und wir wollten es jetzt halt so machen, als wenn wir jetzt einen Ersteindruck liefern, nachdem wir einmal irgendwie zwei, drei Folgen gebinget haben oder zumindest mal reingeguckt haben. Ich habe jetzt, wie gesagt, wirklich nur Folge eins gesehen. Du hast vier Stück gesehen. Bleibt das denn auf diesem Niveau oder tut sich da was im Verlaufe? Nee, es bleibt leider auf diesem Niveau. Und du hast auch so zwischendrin, ich habe am Anfang teils auch immer so die Kostüme bestaunt und dachte, ja, das sieht gut aus. Dann hast du aber teilweise, wenn die Kamera wirklich näher dran geht und das ist auch nur bei einigen so, da siehst du dann einfach, dass ein Haufen Plastik dran ist und das sieht dann in der Nähe einfach nimmer so dolle aus. Es sind auch nur ein paar, da ist genauso diese Qualitätsschwankung drin. Das fand ich halt auch wirklich, ah, das fand ich sehr, wirklich sehr, sehr schade. Das andere Problem ist, finde ich, du hast einen wirklich guten Cast, aber, und deswegen habe ich vier geguckt statt drei, weil ich dachte, naja, vielleicht kommt meine Connection zu den Figuren ein bisschen später. Ich brauche also manchmal ein bisschen länger, aber ich hatte zu keinem irgendwie einen großen emotionalen Bezug. Wie ging es dir da bei der ersten Folge oder hast du bei der ersten Folge schon so gedacht, naja, gut, okay, den und den, den finde ich eigentlich ganz lustig. Also ganz sympathisch sind sie alle nett, aber. Also Anthony Hopkins ist halt, ja, er ist wirklich nur eine Nebenrolle, aber es gab zumindest so Momente, die er ausgefüllt hat, auch in seiner typischen Art. Mich hat seine Performance hier auch sehr an sowas erinnert wie, es ist ein etwas unbekannterer Film mit ihm, aber ich habe ja nahezu seine ganze Filmografie gesehen, weil ich wirklich ein großer, großer Fan bin. Also er hat ja grundsätzlich schon mal Shakespeare-Dramen und sowas gespielt. Also einen römischen Zenturier namens Titus hat er schon mal gespielt. Das ist auch eine Shakespeare-Version. Es ist alles mit komplett altertümlichen Dialogen, aber in der Neuzeit oder mit neuzeitlichen Elementen. Ein sehr, 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 sehr spezieller Film, den ich aber durchaus empfehlen kann. Das geht so ein bisschen, es ist noch eine Ecke weiter, würde ich sagen, als hier Romeo und Julia damals mit, hier von Buzz Lerman mit Leonardo DiCaprio. So in dem Stil ist das ungefähr. Aber daran hat mich jedenfalls Anthony Hopkins' Rolle erinnert und er macht auch einen guten Job. Aber du hast es ja schon angedeutet, er ist nicht so lange Teil der Serie anscheinend. Nein, also der Hauptaugenmerk liegt hier wirklich auf diesen, also auf seinen Söhnen, auf Tenax, dann die verschleppten Sklaven. François, ja, das sind so diese Handlungsstränge, diese drei, vier, auf die sich es dann konzentriert. Wie gesagt, er ist ja nicht lang zu sehen. Entwickelt denn hier Tenax, Stichwort, Ivan Rion, entwickelt der denn zumindest ein bisschen ein Format, weil ist ja eigentlich ein guter Schauspieler. Aber ich muss sagen, ich habe auch Schwierigkeiten, den irgendwie als Sympathiefigur wahrzunehmen. Nein, also die haben, also es geht bei allen, außer bei den, bei den Verschleppten, nenne ich sie jetzt mal, sind es alles Leute, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Also er will einen Haufen Geld machen, er will, also Tenax will einen Haufen Geld machen, er will Macht, er will Ruhm, er will aufsteigen, weil es ja dann an den Bau des Kolosseums geht und es ja darum sich die Story weiterspinnt, dass die Arena größer werden muss, um den Pöbel von den Problemen abzulenken. Und ja, das ist eigentlich auch kein wirklich liebenswerter Charakter, der macht es auch gut, aber irgendwie hat mir da noch ein bisschen, irgendwie hat mir da so der, der Funke gefehlt. Und auch ist es von der Atmosphäre her, gerade so bei diesen Verschleppten, ganz oft aufgefallen, dass die, die können sich überall frei bewegen. Also es ist zum Beispiel so, dass die Mutter dann ihre zwei Töchter sucht, die verkauft werden, während ihr Sohn eigentlich in die Minen soll, sie aber sagt, er soll kämpfen bei der Verteilung sozusagen der Aufgaben, damit er als Gladiator kommt, damit sie ihn freikaufen kann. Mhm. Sie schlappt dann rum, also die Mutter und weiß, wo ihre Tochter, wo ihre eine Tochter ist und geht da auch einfach ans Haus, klopft da und sagt, ja, passt auf, ihr habt meine Tochter gekauft, kann ich so mal kurz sprechen? Und dann sagt die Dame, die ihr da aufmacht, ja klar, kein Problem, komm rein. Äh, ja? Also sie führt sie da nochmal weg und wispert dann noch so ein bisschen, aber da kommt, da kommt keine Spannung auf und das, das hätte man anders da machen sollen. Und das ist ein paar Mal, dass auch Sklaven sich da wirklich komplett frei bewegen können und da auch in Areale vordringen und da einfach ungefragt rein. Ja, das kann natürlich sagen, okay gut, wir haben ja diesen historischen, äh, diesen historischen Bezug ja leicht abgewandelt, aber das sind halt Sachen, wo ich mir denke, das geht leider auch auf Kosten der Spannung und der Erzählung. Und das wirkt dann, ja, ich hatte so zwischendrin, dachte ich, gerade so, weil es auch dann wieder um diese Pferde geht, die dann auch irgendwie vergiftet werden, wo auch jeder irgendwie reinkommt und das auch nicht groß bewacht wird, so leichte Rivalen der Rennbahn, bloß halt mit Toga und Zandalen-Vibes. Ja gut, okay, könnte man ja durchaus was draus machen, ja. Ja, ja, genau, genau. Und das haben sie, das haben sie leider, das haben sie leider irgendwie versemmelt. Also das wird später auch nicht besser. Gerade so diese Kämpfe und die, die Wagenrennen, es wird ganz oft, das habe ich jetzt so in den letzten Tagen gelesen, gesagt, ja, das ist genauso brutal wie die Spartakus-Serie und Blut überströmt. Und ja, also es ist schon ein bisschen härter. Es gibt auch ein paar, ja, auch härtere Kämpfe, aber an die grafische Gewaltdarstellung von Spartakus, also von der Serie, kommen die auf keines, auf keinesfalls dran. Wir haben hier sogar noch in einer kleineren Rolle das ultimative Monster Martin Ford, den kennt man zum Beispiel aus Undisputed. Also ein Riesentyp, daraus hätten eigentlich vier normale Männer werden sollen, der mit Hals tätowiert, glatze, wenn du es siehst, ein Monster, der natürlich auch einen Gladiator spielt. Was auch sonst. Genau. Aber ja, aber auch der hat, der hat eine kurze Screamtime und die macht er wirklich gut und der bringt auch so ein klein bisschen, wo du denkst, okay, der ist hassenswert, aber der Rest ist halt einfach nur okay. Ist halt so da, ne? Ja. Ich hätte, ich hätte noch eine Frage, weil Roland Emmerich, der hat ja, glaube ich, nicht alle Folgen inszeniert. Ich sehe ja auch, glaube ich, noch Marco Kreuzpeintner. Das ist ja jemand, mit dem er schon irgendwie lange zusammenarbeitet. Das ist ja, ich glaube, der hat Krabat inszeniert hier in Deutschland und auch mal irgendwie ein paar Sachen in den USA gemacht. Aber ich nehme an, das macht sich jetzt nicht so bemerkbar. Emmerich hat ja wirklich, also nicht nur Kreuzpeintner, auch hier Harald Kloser, der ja oft sein Co-Autor und gleichzeitig Komponist ist. Ich glaube, der ist ja auch am Start. Der ist aber zumindest nicht für die Musik verantwortlich. Ja, ich meine, Emmerich hat ja schon immer große Namen irgendwie bekommen und scheint er jetzt auch noch zu kriegen. Wobei, man muss sagen, abseits von Ivan Rion und Anthony Hopkins, kenne ich hier persönlich keinen, muss ich zugeben. Ja, ich habe so ein bisschen durchgeguckt. Also, ich kannte ein paar vom Sehen her, aber namentlich nicht. Es sind halt auch viel, also wir haben einige dabei, die waren auch bei Vampire Diaries, glaube ich, dabei. Ja, das ist jetzt nicht so meins, wo ich sage, okay, das kümmere ich mir jetzt an. Wir müssen anmerken noch, wir haben ja die Screener jetzt wirklich nur im O-Ton bekommen, also auf Englisch. Hast du den deutschen Trailer gesehen? Nein. Nein. Weil ich hatte den nämlich geguckt und mich dann sehr gewundert und es scheint wohl wirklich zu stimmen. Anthony Hopkins hat im Trailer nämlich seine Stamm-Synchron-Stimme, also hier Joachim Kerzel, der ja, soweit ich weiß, eigentlich mittlerweile im Ruhestand ist und wohl auch gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Aber für das bisschen, was Anthony Hopkins hier an Screentime hat, scheinen die den sogar extra nochmal rangeholt zu haben. Also vielleicht zumindest im Deutschen ein kleiner Pluspunkt, weil ich muss sagen, ich fand es ja mal schade, dass der jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr wirklich im Synchron aktiv ist, weil die Stimme, die man Anthony Hopkins zum Beispiel zuletzt verpasst hat, fand ich hart unpassend im Deutschen. Aber das ist jetzt wirklich nur am Rande. Ja, im Hinblick darauf, dass man es dann relativ straight eigentlich wegbingen kann bei Prime, wollen wir vielleicht mal beide so sagen, also wenn es dann regulär verfügbar ist, wie hoch so die Wahrscheinlichkeit ist, so sagen wir mal in Prozenten, dass wir doch nochmal reingucken werden. Also bei mir ist es tatsächlich, ja, ist 50-50. Mhm. Also bist du schon neugierig, wie es weitergeht an manchen Stellen, aber ... Ja, es ist halt die Frage, ob es nach vier Folgen dann nochmal besser wird. Also man muss auch sagen, eine Folge geht so um die 50 Minuten rum. Die erste Folge geht, glaube ich, länger, die geht, glaube ich, 60, 65 rum. Ja, das ist ein typischer Pilot. Genau. Aber ansonsten hat die halt die normale Serienlänge. Also das ist jetzt nix, nix, irgendwie, was weiß ich, dass eine Folge 70 Minuten oder so geht. Ja, bei mir, also ... Ja, gut, ich habe nur die erste Folge gesehen. Vielleicht gebe ich der Serie darüber hinaus mal eine Chance so bis zur Hälfte und dann mal gucken. Aber du meintest ja auch, da sind jetzt auch nicht so signifikante Qualitätssteigerungen. Mal schauen, wen es interessiert. Der oder die kann natürlich gerne reinschauen. Es ist jetzt aber, glaube ich, echt nicht so wirklich so ein Highlight, habe ich das Gefühl bisher. Nö. Also ich verbinde es jetzt gerade gern mit meinem Fazit. Die Serie ist okay. Mehr aber leider nicht. Sie hat ihre Schwächen, was wir jetzt ja auch schon gesagt haben, Optik. Das Schauspiel ist auch okay. Kann man nicht meckern. Aber bei mir ist der Funke nicht übergesprungen. Also es, ja, selbst die Brutalität konnte mich da nicht hinterm Ofen hervorlocken. Und das fand ich jetzt auch nicht so übergebührend, dass ich gedacht habe, geil, mehr. Ja. Ja, es, meine Erwartungen waren hoch, aber ich wurde leider etwas auf den Boden der Realität zurückgebracht. Und ja, ich, das kann man so nebenher gucken. Und das ist eigentlich schon ein bisschen schade, sowas zu sagen gerade. Über so ein eigentlich tolles Projekt mit einem tollen Thema. Ja. Ja, mehr gibt es da dazu von mir aus nicht. Ein Okay. Ja, mal bei mir. Also ich werde vielleicht noch mal reinschauen, wenn es dann mal in ein paar Wochen keine Drachen mehr gibt und dann noch keine Ringe. Aber, ja, ich glaube, da kriege ich das bessere Intrigenspiel und Machtkämpfe etc. Weil man merkt, also das ist halt auch so schade, man merkt, sie schielen schon darüber. Also es gibt ja auch eine Bordellszene, wo du dir denkst, oh, das soll jetzt aber so echt so richtig HBO-Game of Thrones-Vibe versprühen, ne? Aber so richtig zünden tut es nicht. Nee, aber auch da halten sie sich zurück. Also wer hofft, naja, vielleicht kriege ich dann wenigstens einen Haufen schöner Genitalien zu sehen. Nein. Dann guckt lieber Spartacus, ja. Dann lieber Spartacus, ja. Oder Game of Thrones. Oder was anderes. Okay, von mir aus wär's das. Ich würde mich jetzt an die Abmoderation machen. Und zwar folgt uns auf den Social-Media-Kanälen. Uns gibt es überall, wo es Likes gibt. Und es gibt eine Website mit allen Folgen, mit allem, was ihr euch reinziehen könnt auf www.tele-stammtisch.de. Kommt auf unseren Discord-Server. Da ist immer was los. Von ernsten bis witzigen Unterhaltungen. Und ich würde sagen, der Dominos darf sich verabschieden. Und ich habe heute das letzte Wort. Ja. Awe Sven. Okay, ich sage einfach nur, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.